Herzlich willkommen Crypto-Freunde. Ich hoffe, ihr seid gut in die Woche gestartet. Im heutigen Video möchte ich euch gerne das NFT-Projekt Board Babies vorstellen. Board Babies wird später auch mal noch ein 3D-Multiplayer-Game sein. Und das möchte ich euch jetzt eben gerne mal vorstellen. Wenn ihr keine Crypto-Videos mehr verpassen möchtet über NFTs, Play-to-Earn-Games oder allgemein auch Crypto-News, dann würde ich mich freuen, wenn ihr meinen YouTube-Kanal abonniert, falls ihr es noch nicht tut. Ich freue mich über euren Support. Aber jetzt kommen wir mal zum Video. Und zwar bin ich jetzt hier auf der Board Babies Twitter-Seite. Wir haben jetzt hier aktuell knapp 1800 Follower. Also wir sind hier auch noch ganz am Anfang. Nichts hochgebootet, auch erstmal wieder positiv, finde ich. Die NFTs werden dann letztendlich so aussehen. Nicht schlecht, aber ehrlich gesagt natürlich auch nichts völlig Neues. Hier steht jetzt auch noch eben Coming Soon 3D-Multiplayer-Game. Man wird mit diesen Baby-NFTs dann letztendlich auch wieder einen Token verdienen können. Man wird sie upgraden können und so weiter. Aber das schauen wir uns jetzt eben mal auf der Webseite an von Board Babies. Ich bin jetzt hier schon mal drauf. Board Babies, gelangweilte Babies auf Deutsch. Zuallererst schauen wir uns hier mal die Roadmap an. Board Babies wird auf der Ethereum-Blockchain laufen. Wir können jetzt hier auch schon sehen, einen exklusiven Vorverkauf wird es geben. Dieser wird 0,05 Ethereum kosten. Dieser Vorverkauf wird auch hier wieder nur für Whitelist-Mitglieder sein. Also schaut auch gerne mal hier in den Discord vorbei. Also ich empfehle euch wie immer, schaut bei Twitter vorbei, schaut bei Discord vorbei. Da könnt ihr immer regelmäßig neue News über verschiedene Projekte eben auch bekommen. Dort erhaltet ihr dann letztendlich auch eben so eine Whitelist, wenn ihr zum Beispiel aktiv seid oder Mitglieder einladet und so weiter. Jedes Projekt hat ja auch manchmal so ein bisschen andere Vorstellungen. Dann wird es natürlich auch noch einen Public Sale geben. Der Public Sale wird aber 0,06 Ethereum kosten. Also 0,01 Ethereum mehr. Insgesamt wird es 10.000 von diesen Board Baby NFTs geben. Und wenn ihr dann solche Baby NFT Besitzer seid, dann seid ihr auch berechtigt, vergünstigste 3D-Board Babies im exklusiven Vorverkauf zu erhalten. Bei den Daten steht jetzt hier immer noch To Be Announced. Also es sind noch keine genauen Daten da. Die Reihenfolge Wann was passiert ist natürlich schon vorgegeben. Aber genaue Daten sollen eben noch kommen in naher Zukunft. Wenn dann der NFT-Drop erstmal stattgefunden hat, dann wird letztendlich am Spiel gearbeitet. Es wird dann ein Multiplayer 3D-Board Baby Spiel geben. Man wird hier mit seinen NFTs gegen andere antreten können und dadurch dann Punkte verdienen. Man wird seine Board Babies aufrüsten können. Und natürlich kann man sie dann letztendlich auch weiterverkaufen. Wie das dann aussieht, wenn man dann gegen andere Baby NFTs antritt, weiß man jetzt aktuell noch nicht. Bin auf jeden Fall gespannt. Es wird hier auch einen Merchandise Shop geben. Also man hat sogar die Möglichkeit hier irgendwie so Tassen oder T-Shirts zu kaufen mit so einem Board Baby drauf. Hier ist auch der Link dazu, falls euch sowas interessieren sollte. Und NFT Besitzer erhalten exklusiven Zugang zum Board Babies Land im Metaverse. Dieses Land soll dann wohl ein exklusiver Themenpark im Metaverse werden. Und dort wird man dann mit seinen Babies spielen können. YouTube-Kanal von Board Babies, das ist jetzt ein richtig, richtig interessanter Punkt, finde ich. Und zwar soll hier wohl an einem Kurzspielfilm gearbeitet werden. Dieser soll dann wohl unter anderem sogar auf Netflix verfügbar sein. Und Baby-NFT-Besitzer erhalten dann Lizenzgebühren für diese Babies, die dann in dem Video vorkommen. Also sowas habe ich noch gar nicht gehört. Das klingt aber echt richtig gut, finde ich. Dann können wir hier noch auf der Webseite direkt auch noch so ein paar FAQs sehen. Was sind diese Board Babies? Das ist, denke ich, jetzt klar. Habe ich ja gerade schon mal erklärt. Diese Board Babies sind NFTs, mit denen ihr dann letztendlich auch spielen könnt. Also quasi ganz normaler Play-to-Earn-Charakter. Wir sind hier noch früh dabei. Also vielleicht passiert hier auch noch echt gut was am Preis. Vielleicht wird man sie auch teurer weiterverkaufen können. Wissen, zum aktuellen Zeitpunkt tut man es natürlich nicht. An dieser Stelle auch wie immer. Ich bin natürlich kein Finanz- oder Anlagenberater. Ihr müsst selbst wissen, wo ihr euer Geld investiert. Ich möchte euch einfach nur verschiedene Projekte vorstellen. Bitte recherchiert selbst nochmal gut, bevor ihr in irgendwas investiert. Dann wie viel diese NFTs kosten, haben wir auch schon geklärt. 0,06 Ethereum zum öffentlichen Public Sale. Dann wann ist das Mint-Datum? Wie schon erwähnt, wird hier das Datum eben noch bekannt gegeben. Das Ganze läuft dann auch wie immer einfach über die Meta-Mask. Ihr könnt die Meta-Mask dann mit der eigenen Seite verbinden hier. Und könnt dann eure NFTs minden. Und das Game wird dann eben ein Multiplayer-3D-Game sein. Mit einem integrierten Punktesystem. Mehr ist jetzt hierzu, aber erstmal noch nicht bekannt. Und das Boardbabies-Land hatten wir eben auch schon. Das wird dann eben dieser Themenpark sein. So werden dann auch eben jetzt hier diese 3D-Versionen aussehen von den Boardbabies. Und diese werden dann eben nur für diese 2D-Baby-Halter erhältlich sein. Ja, und das war es auch schon wieder mit dem Video. Boardbabies, das wollte ich euch heute eben mal vorstellen. Über eine Bewertung würde ich mich wie immer freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Wir sehen uns im morgigen Video. Ciao.